Schwebende Lautsprecher, ne schwebende Testperson und viel Bling-Bling. Über 20.000 neue Gadgets werden gerade auf der weltgrößten Consumer Electronics Show in Las Vegas vorgestellt. Wir haben die absolute Expertin in Sachen Technik zum Testen losgeschickt. Jordan, Kava, Busenwunder, Yoga-Queen, Nerd, äh, Not. Jordan und Technik ist ein Syntax-Error. Na, das kann ja heiter werden. Hier ist Gadget Nummer 1, der Slendertone. Da heißt es erstmal luftanhalten. Slendertone ist ein Talliengürtel, der durch elektronische Muskelstimulation Bauchfett zu Muckis formt. Doch Jordan befürchtet das Schlimmste. Ich hab Angst, dass sie jetzt mit so Elektroschocks hier jetzt ankommt. Naja, es sind ja leichte Stromschläge, deren Intensität per App an die eigene Schmerzgrenze angepasst wird. Dadurch werden Muskeln angespannt, ohne Training, Schweiß und Sit-Ups, aber mit etwas Schmerz. Also man merkt schon, diese Elektrowellen, die kommen immer so in allen, glaube ich, so alle vier Sekunden. Und dann merkt man, weil dann verkrampft sich auch der Muskel. Man spannt den Muskel automatisch an. Den Gürtel soll man fünf Tage die Woche 30 Minuten tragen. Nach sechs bis acht Wochen wird ein Sixpack draus. Kosten 185 Euro. Jordans Fazit? Ist doch geil. Also man kann sich doch nichts Besseres vorstellen. Man sitzt vor dem Fernseher, 30 Minuten jeden Tag und die Muskeln werden storniert und man muss nichts machen. Das ist doch super. Schräg dagegen ist Gadget Nummer zwei, der Roboterhund. Dürfen wir vorstellen, das ist Wowee, das Haustier von morgen. Braucht kein Futter, ist stubenrein, aber auch gewöhnungsbedürftig. Der Besitzer trägt ein Armband, womit er via Bluetooth das Tierchen steuert. Allerdings hört der nicht aufs erste Wort und auch nicht aufs zweite. Irgendwie will der Hund nicht so, wie ich will. Und irgendwie funktioniert hier irgendwie gar nichts gerade. Das Hündchen landet frühestens Weihnachten in den Läden. Preis noch unbekannt. Für Jordan ist der Funke hier aber nicht übergesprungen. Also, das ist so der größte Mist, sag ich jetzt mal, wenn ich so sagen darf, den ich bis jetzt gesehen habe. Oh je, vielleicht kann Gadget Nummer drei überzeugen, die Virtual Reality-Brille. Doch dafür müsste Jordan erstmal wissen, was dieses Virtual Reality überhaupt ist. Da habe ich doch nie was von gehört. Oh Gott. Das ist schlimm. Ja, also aufgepasst. Eine 300 Gramm schwere Brille plus Headset beamen Jordan in die virtuelle Realität, wo sie als Ninja-Krieger kämpft. Die zwei Monitore in der Brille projizieren 90 Bilder pro Sekunde. Sieht spaßig aus und ist es auch. Wow, wie krass. Zwei Frontkameras überwachen übrigens, dass der Spieler bei seinen Abenteuern nicht zufällig an die Zimmerwand kracht. Jordan jedenfalls fühlt sich in der virtuellen Welt wohl. Das ist so cool. Also ich kann das gar nicht irgendwie in Worte fassen gerade, aber das war bis jetzt das Coolste, was ich jetzt bis auf der Messe gesehen habe. Aber ich kann gar nicht mehr richtig Deutsch reden gerade, so geflasht bin ich. Also, it's good. I like it. Die Brille soll ab 600 Euro ab April erhältlich sein. Und weil's so schön ist, bleiben wir in der virtuellen Welt mit Gadget 4, dem Icarus. Der verleiht Flügel und wird in Vegas erstmals gezeigt. Es ist eine Kombi aus Virtual-Reality-Flugsimulator und Fitnessgerät, was alle Muskelgruppen trainiert, während man Fliegen Balance halten muss, was kopfüber gar nicht so einfach ist, oder? Der Preis für das Totalschaden verursachende Flugobjekt ist noch geheim, wird aber definitiv zu hoch für den Heimgebrauch. Doch Jordans Performance findet viele Fans, einschließlich ihr selbst, nachdem sie wieder sicher gelandet ist. Das ist so realistisch, ey, so krass. Gott, wie peinlich ich schreie rum. Ey, das ist so genial. Vielleicht lässt sich ihre Technikbegeisterung noch steigern mit Gadget 5, dem Elektro-Einrad. Aber Boards waren gestern, jetzt heißt es Platz machen für elektrische Einräder. Doch die haben es in sich. Geschwindigkeiten bis zu 20 Stundenkilometern, Reichweite 30 Kilometer. Wenn man damit fahren kann? Gut, die Gesangseinlage ist gewöhnungsbedürftig, aber nicht nötig, um die Einräder für 627 Euro zu steuern. Unser Busenwunder scheitert aber daran, ohne Hilfe die richtige Balance zu finden. Also ich glaube, wenn man es kann, dann macht es schon Spaß. Aber er hat auch gerade eben gesagt, es hat ihm eine Woche gedauert, bis es drauf hatte. Und keine Ahnung, ob das jetzt wert ist. Nach der persönlichen Enttäuschung gibt es eine Erfrischung an der Soma Bar. Das ist ein App-gesteuerter Cocktail-Mixer mit 6 Flüssigkeitsbehältern. Aus 300 Drinks mixt er dann individuelle Wunsch-Cocktails in Sekunden. Kostet 400 Euro und ist perfekt für jede Privatparty, oder? Schmeckt, schmeckt sogar. Also Jordan ist auf den Geschmack gekommen und weiß sogar ein bisschen mehr über Technik. Dann kann die Zukunft ja kommen. Nein, der Face-Slimmer verspricht, wie der Name verrät, ein schlankeres Gesicht. Einfach zwischen Lippen und Kiefer schieben und dann drei Minuten lang verschiedene Buchstaben laut aussprechen. Sieht super komisch aus und ist gar nicht so leicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017